Feigelei, 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 Feigelei. Er ist nicht in der Bunkeranlage. Was soll das heißen? Sie können Feigelei nicht finden. Gezuchen Sie ihn! Ich will Feigelein sehen! Sofort! Wenn er sich ohne Befehl entfernt hat, ist das Fahnenflucht! Verrat! Bringen Sie mir Feigelei! 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 Das ist ein Versager, das ist ein Schmarrotzen! Ein paar Vanille, voll Bits!